Heute zeige ich dir, wie du ein Datapack für deine Minecraft-Feld installieren kannst. Geh dazu in das Internet und suche dort einfach nach Datapack und dann nach Modrin. Das ist so eine Webseite, da bekommt man Datapacks und auch Shaders und so. Klick da drauf, ich packe den Link auch nochmal in die Videobeschreibung. Dann kannst du hier auf der Webseite nach Versionen sortieren. Ich klicke hier mal drauf und wähle die neueste Version in meinem Fall aus. Wähle einfach die Version aus, die für dich passt. Und dann kannst du auch noch nach Kategorien sortieren. Und ich werde mal hier nach Equipment sortieren, also neue Schwerter zum Beispiel. Und dann gibt es hier ein Datapack, dieses Mind Treasure Datapack. Dann klicke ich mal da drauf und dann gibt es hier eine Anleitung dazu, was das alles ist in dem Datapack. Dann kannst du auf Versionen klicken hier und dann siehst du die verschiedenen Datapacks. Du siehst, das Ganze ist auch eine Mod hier, Mod und dann DP, also Datapack. Und dann siehst du die Version hier, eben die neueste in meinem Fall. Dann klicke ich da drauf und klicke hier auf Download. Und dann wird das Ganze hier heruntergeladen. Um das Datapack zu installieren, kannst du hier auf dieses Ordner-Symbol klicken. Dann kommst du in den Downloads-Ordner. Und dann bist du hier in den Downloads-Ordner und den Browser kannst du schließen. Danach startest du einfach Minecraft. Und in Minecraft gehst du einfach in den Einzelspieler und dann auf deine Welt und klickst unten links auf Bearbeiten. Und dann klickst du hier auf Open World Folder, also den Welten-Ordner öffnen. Und dann bist du hier in dem Welten-Ordner und hier gibt es den Datapacks-Ordner. Dann klickst du einfach in den Datapacks-Ordner und ich werde Minecraft mal hier klein machen. Und dann kannst du aus dem Downloads-Ordner hier dieses Datapack in den Datapacks-Ordner ziehen. Damit brauchst du nichts mehr machen und nicht irgendwie entpacken oder so. Das passt soweit. Jetzt ist das Datapack hier in dem Datapacks-Ordner und du kannst das Ganze hier schließen. Und dann gehst du einfach wieder in Minecraft rein, klickst hier auf Cancel und startest die Welt. Dann kommt dir direkt zu einer Meldung, dass das Ganze experimentell ist. Dann kannst du hier ein Backup machen und das Ganze trotzdem laden. Jetzt ist die Welt geladen und du kannst in dem Chat jetzt eingeben, slash Datapack List. Und jetzt siehst du hier, welche Datapacks enabled sind, also geladen sind. Und du siehst hier, dieses Mein Treasure-Datapack ist geladen. Falls du irgendeine Frage hast, dann schreib einen Kommentar. Ciao.